noch nicht nein das schaff ich schlimm sind monster da guck nach ich weiß es nicht warum startet meine musik nicht ich weiß es nicht jetzt funktioniert sie und diesen spieler die nicht meine nennt sich kleiner auf dem stuhl sitzen doch fliegt mit seinem raumschiff ich laufe jetzt einfach weg ich muss ja erst mal trinken wir kommen zurück zu einem neuen part von minecraft vanilla ja wir spiel jetzt vanilla zu hier und so war mal das scheißding ab das ist deine aufgabe ich kürzlich um die waffe zu laden hier und klick wir machen das ganz anders was denn wir bauen das hier um zu erhör auf damit was alles kaputt einer das ist die idee einfach wir können hier hingehen wenn ich bin und drauf sind haben wir die einfach von unten kaputt ich mache erst mal klein ja ich habe sowieso ein bisschen anders easy road manuels zu bilder werden wir machen das ist ganz anders wir machen jetzt vollgas wir machen ja manchmal claim erst mal den privaten dann stellen wir den gedunsel hier hin und gibt mir dann dein ding mein ding macht er jetzt dann macht er nicht und muss das vielleicht doch nicht cold water 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 jetzt bildet er jetzt gibt mir noch mal dein teil habe ich doch schon ein tier das da meine ich dein sehr gut weil dann wieder cold water und das füllt dann den hier auf ja perfekt so da werden wir da schon mal gebaut dann können wir uns hier schon mal um den anderen kram kümmern da packen wir wieder einen rein dann müssen wir das quest system da reinpacken jetzt mal nehm ich mal die waffe weil er die eh zu unfähig ist ey ich bin gerade dabei wieder alles zusammen zu suchen hier hast du position brauchen dürfen wir werden das nochmal ich muss jetzt erst mal dich abschießen ne klickeleid dich mal abschießen ja ok ich würde sagen wir machen erst mal oh fuck wir müssen unsere unser wasserbeck anziehen habe ich doch schon lange ja ich aber nicht das ist nicht mal wo wir doch wenn ich sterbe warte ich mir mein wasserbeck anziehen so au ich wollte das scheißding hier um abreißen ende hoch ok wir sollten uns wirklich darum kümmern dirt zu bekommen das hier brauchen wir ne wir brauchen noch ein das ein das bräuch noch gib mir mal ein das drüber werde sehr gut und jetzt müssen wir einfach direkt schon nur bäume abholzen warte ich mach noch eine quest fertig weil wir jetzt holz ist fuck brauchen weil wir können das echt so machen wir kriegen holz und dadurch machen uns ähm wasser also durch saplings kriegen wir erde und durch erde kriegen wir stein und durch stern machen uns einen ofen das heißt erst mal erde ist jetzt unser ziel und erde kriegen wir halt mit ganz vielen saplings das heißt erst mal ganz viele bäume ne genau so sieht es aus so ich packe uns hier schon mal an ihr holst mal den crafting table da raus warte ich mach schon schon gut so dann haben wir den crafting table und daneben den filter filter und dann crafte ich hier schon mal ja die cook bringen wir ein paar mehr mit so zehn stück ja ich mache jetzt mal ganz viele ich habe nur acht stück machen können aber wir brauchen dringend irgendwas um die bäume schnell ab zu fällen ja sie haben nichts hier nimm mal erst mal ein und das machen wir jetzt um die saplings besser zu bekommen mit den dinge ja eben hier ist jetzt unser erstes ziel erstmal bäume und dann saplings weil das ist irgendwie so die effektivste arten wir jetzt am anfang daran gehen können wir haben dort ewigkeiten deswegen müssen wir auch gucken dass wir die saplings zu dir verarbeiten damit wir mehr bäume anpflanzen sind ja oder wir machen es einfach so dass wir so eine farbe bauen wie letztes mal ich habe mal überlegt ich habe mir jetzt mal die erste folge angeguckt nochmal die ginge der heutigen erstes projekt online das heißt wir produzieren gerade richtig fett vor ja weil ich flieg nach tokyo early ist auch weg ja ich bin in dem sinne ein bisschen unterwegs ich bin ein bisschen naturen da kann auch sein ich weiß nicht ob das vielleicht schon passiert ist aber dass ein bisschen real life kram online kommt ja ich will jetzt noch nicht zu viel erzählen weil es kann sein dass ich das anders mache und natürlich ist das schon gekommen also die folge hier kommt raus wenn ich in tokyo bin hi leute ich bin gerade in tokyo er sendet live aus tokyo wir haben keine kosten und mühe gescheut dass er er hat sich da einen neuen pc gekauft einfach jolo ja ich heiße Gronkh ja er heiße er heiße Gronkh nein ich habe die erste Folge geschaut und ist eingefallen da steht ja in case of emergency break everything ne ja kann das vielleicht sein dass da hinter irgendwas ist ja jetzt gucken wir gleich mal ja in der nacht warte mal hier ist so eins zwei drei stück also jetzt ist erstmal wirklich nur baum chopping angesagt man ein bisschen natürlich den blick auf unsere temperatur und unseren wasservorrat haben das ist ganz interessant da wo die striche sind ist das maximum wo ab wo es gefährlich wird oder wie na ja das der punkt sind wir ja richtig den baum heute noch mal kurz ab und dann fahren wir noch mal ein bisschen das mach das so wie letztes mal grab hier so einen kleinen gang runter hier hier die drei blöcke hier so damit wir damit die Monster da rein locken können und ich von unten in der nacht aufmachen kann damit wir Monster farben können ja weil das war eigentlich recht gut das war Janschili hast du Würmchen? äh drei stück jo dann gehen sie mal ganz kurz Dingens machen ganz schnell dass wir noch mal den Wurm ins Bett machen können jo ähm ah fuck pack mal deine erde woanders hin damit die bäume nicht nebeneinander stehen wenn du aus dem eigenen saplings bekommst du aus dem anderen können wir den Wurm reinpappen ne ich will jetzt dirt machen nochmal extra nehm wir genug saplings ich hab einfach mal zwölf bergwood saplings ich hab 16 wir brauchen auch noch 10 für die eine Quest haben wir haben wir haben wir mehr als genug naja ich fahm noch mehr doll alle Blätscher abbauen also dirt ist wirklich unsere wichtigste Quelle und wir werden jetzt erstmal weil mit dirt kriegen wir alles mit dirt kriegen wir Wasser mit dirt kriegen wir Cobblestone für den Ofen um daraus dann ähm aus dem Wasser normales Wasser zu machen weil wenn wir Wasser in den Ofen tun also Dirt Wasser kriegen wir richtiges Wasser raus und deswegen und außerdem kriegen wir aus Dirt also mit dem Ofen können wir dann ähm aus diese aus dem Dust kommen ja manchmal Fische und so raus die können wir dann noch kochen und dann haben wir auch Essen was muss ich hier einstellen damit Dingens wegen dem Wasser wie wegen dem Wasser ja damit da Wasser reingeht damit Wasser hergestellt wird äh warte ich komm jetzt mal machst du hier die Bäume weiter mhm warte kurz bis Dirt hab so wunderschön dann setze ich schon mal den neuen Baum mach ich das hier schon mal weiter so hier wird jetzt noch zwei Dirt produziert wir setzen dann direkt den Wurm rein wir machen das einfach nur mit Vollgas geben wir jetzt zu den Punkten wo wir letztmal schon waren hast du das Quest Delivery System schon eingestellt? ja ok ok achso hier hast du unseren Backup Sapling äh da wir sind das schon fast komplett aufgebaut wir müssen so schnell wie möglich auch an Dinge kommen an was? an ähm den Fernands weil wir können die Würmer kochen ja ja eben ich hab uns das erstmal für meine Kiste gebaut da pack ich mal das Wasser rein kannst du noch ein bisschen Dust farmen jetzt? äh jetzt dunkel ja dann mach ich das mein Tier dann mach ich nochmal kurz die Bäume ab und dann ist nämlich auch duster ja das wird eng ja das wird eng ja das wird eng naja schaffe ich ok wenn du das sagst kannst du noch gucken ob wir irgendwo Scheiben über haben? ja mach ich gleich sobald ich drin bin ich wollte jetzt erstmal hier den Rest noch abmachen oh oh early oh oh ja pack ich wie weit monstens waren sagt Bescheid wie du die erste siehst ich bin drin das ist gut dass die Tür wenigstens auch dass ich rein kann? kannst du direkt zubauen noch nicht nein Das schaffe ich! Klim, sind Monster da? Guck nach! Ich weiß es nicht. Ich farme gerade Glas irgendwo her, damit wir das zubauen können. Ich habe genug Glas. Da sind noch keine Monster. Hier ist noch ein Fall. Ja, ist extra für die Spinnen. Ja, aber da können auch noch Monster reinspringen. Wir haben es geschafft, Ali. Warte mal. Hast du noch Glas über? Eins. Hier. Das hat gut geklappt. So, jetzt sind wir erstmal an Sicherheit. Wir können hier gucken. Oh, korrekt. Fetter Zombie. Läuft bei dem. Bau da mal alles ab in der Ecke. Weil... Wir haben hier noch zwei Dirt. Das ist richtig geil. Wir haben jetzt drei Dirt noch. Wie viele Saplings hast du noch? Zehn. Lass uns die Saplings auch mal in die Kiste packen. Und dann Übersicht haben. Ja, komm, ich mache nochmal zwei Dirt. Stehen draußen noch Bäume. Alle, wir können schon sterben. Ja, natürlich stehen. Draußen stehen jetzt gleich drei Bäume, ja. Okay, alles klar. Und dann haben wir hier immer noch einen Ersatzsapling und da drüben halt sowieso noch einen Ersatzsapling. Äh, au. Wie ist es? Maria. Und Josef. Und alle anderen, die es da so gibt. So, da kommen schon die ersten Spiders. Ich finde, das ist jetzt gerade unser bester Lauf eigentlich. Bis jetzt schon, ja. Ja, so. Ja, aber man ist immer besser organisiert. Ich claim jetzt nochmal meine anderen Rewards. Bin mir unsicher. Ach nee. Schon gut. Hä, warum funktioniert das noch nicht? Hä? Ach so, ich habe das noch nicht reingetan, ich trottel. Geht es jetzt? Nee. Ich habe drei Salz. So, jetzt muss das aber gehen. Warte mal. Schauen wir mal nach. Scheiße, ich habe das hier nicht vorbereitet. Jetzt? Ja. Jetzt funktioniert das schon mal. Ich hoffe, du hast die Waffe dabei. Ich habe die Waffe dabei. Wo gehst du lang? Nicht da lang. Mach das nicht da. Ja, aber die kommen hier perfekt rein. Das geht hier am besten. Nein, das geht hier am besten. Au. Junge. Komm, ernsthaft. Mach das hier, Olli. Hier geht es am eigentlichen zügigsten immer. Also, Junge, du musst mal was an deinem Mikro machen. Hier kannst du es jetzt am schlägsten machen. Wandelst du hier nur umstunden. Reichen den Fetter. Ey, hier kannst du echt mega gut fahren jetzt. Wir brauchen einen Zombie. Wir brauchen einen Rottenschleif. Hier ist ein Zombie. Ja, ich gucke mich an die Skeleton her. Das Skeleton ist einfach zu groß. Passt ihn nicht rein ins Loch. Es passt nicht hier in das Loch rein. Boah, Alter, was hier gerade abgeht, ne? Ich habe Rottenflash. Boah, guck mal, was hier abgeht gerade. Alter. Ey, das ist viel zu laut. Sorry, Leute. Ich muss mal gerade so ein bisschen Sounds leiser stellen, ey. Spare die Munition. Wann mag ich uns weg? Aber Vorsicht, ich hatte gerade schon einen Tüter nicht. Ich esse mal ein Apple. Da sieht man auch, guck mal. Hangar, Overhaul. Start after E-Thing. Wenn man das Shift gedrückt hält, sieht man, okay, man hat so viel Hangar, Overhaul und so viel Hangar stellt das wieder her. Das ist natürlich extrem gut, was das hier ist. Deswegen werde ich mir einfach mal so ein Ding reinziehen. Hast du schon Salz? Ich kann keine Zombies mehr schlagen. Warum kannst du keine Zombies mehr schlagen? Ich weiß nicht, ich kann keine Zombies mehr schlagen. Ich kann nicht mal mehr angreifen. Oh, ich habe schon einen Stein rausbekommen. Ich habe schon zwei Steine rausbekommen, war schon los heute. Einer Skellette hat, wenn die rein ist. Ich mache da mal unsere Erde rein. Kann sie nur noch zu machen. Okay, jetzt können wir eh nur einen Baum gleichzeitig abbauen. Und wir haben eh so viel Erde aktuell. Deswegen ist das, hat mir egal. Yolo. Wie viel brauchen wir auch mal? 32 war das, ne? Ich weiß nicht. Alter. Ich glaube, wir brauchen auch einen 32 Steine für Störnis. Fette Beute, Miniaturherd habe ich bekommen. Das ist geil. Was? Miniaturherd? Was? Ach, Herz. Ich habe Herd, Miniaturherd. Ja, guck mal, Herzkanister später drauf machen. Ich glaube, ich habe noch was Schönes. Guck mal, guck, 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 guck. Was denn? Bam! Korrekt. Choral. Choral. So, jetzt habe ich genug. Und zwei Dirt. Dafür. Machen wir mal. Ah ja, wir können das, den Reward claimen da. Eins habe ich letztes Mal schon nicht verschaffen. Warum hast du das nicht so gemacht? Was denn? Was habe ich nicht so gemacht mit der Truhe? Doppelchess. Ja, äh, aus Gründen. Hm, ja, kann ich völlig nachvollziehen. Nein, esshaft. Ähm. Wenn man das so macht, ist es einfach blöde. Claim Reward. So, wir haben jetzt, wir können jetzt weiter in das Essenszeug gehen. Dafür brauchen wir halt normalen Stein. Und, äh. Oh, da ist auch noch einer. Wir haben einfach schon vier Cobblestone. Reicht noch, ne. Wir brauchen, glaube ich, achtens zusammen. Ne, warte mal, wir brauchen... Nein! Alter! Was denn? Wir haben noch Erde draußen, ne? Wenn wir hier nicht beschäftigt ein Ding machen, stand gerade ein Creeper neben mir. Ich habe zum Glück keinen Tank. Mini-Creeper? Ja. Ja, dann müssen wir hier auch mal dicht machen, ne? Ja, dafür habe ich das Ding jetzt hingesetzt. Ich glaube, wir können das verpassen durch, aber... Jeden neumt, den wir noch um jetzt euch gefallen hat. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ja, wahrscheinlich. Vorbei, auf euch sind vorbei und dann sehen wir uns... ...in der nächsten Folge wieder. Hallo dann. Let's Play what the f**k wie viele zombies sind da. Laut rein. Tschau Tschüptlü 고민!